Hier nochmal dargestellt die Signalübertragung innerhalb der Zelle von der Zellmembran und den Rezeptoren über die verschiedenen Transduktionsmoleküle bis hin zum Zellkern. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie das genetisch aussieht. Normalerweise haben wir einen Genabschnitt, der führt zum Beispiel den Rezeptor kodiert. Also ein Gen, ein dazugehöriges Protein. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt ein Gen für einen Rezeptor, zum Beispiel das EGFR-Gen. Von dem müssen wir dann ausgehen, dass es einmal vorkommt und in Anführungszeichen einen Rezeptor herzaubert. Aber zu den Mutationen gehören auch die Amplifikationen. Und bei den Amplifikationen ist es so, dass nicht nur ein Gen in Anführungszeichen vorliegt, sondern verschiedene Kopien des Genes nacheinander geschaltet sind. Also nochmal zur Definition, die Vervielfältigung eines Gens nennt man Amplifikation. Und jetzt ist es gar nicht mehr so wahnsinnig, einfach zu sagen, was jetzt durch die Amplifikation passiert. Als Beispiele für die späteren Videos sei hier nochmal MET und HER2 genannt. Das sind eigentlich gängige Rezeptor-Tyrosin-Kinasen, die in amplifizierter Form vorliegen können. Aber was heißt das jetzt, dass das amplifiziert ist? Hypothetisch könnten wir ja annehmen, ein Gen führt zu einer Rezeptor-Tyrosin-Kinase. Also wird jede weitere Kopie für Ähnliches sorgen. Hier muss man aber ganz klar ein dickes Fragezeichen hinsetzen. Es ist wirklich super schwierig, die verschiedenen Amplifikationen, die man detektieren kann, richtig einzuordnen. Und zum richtigen Einordnen sei dieses Bild auch nochmal genommen. Wir haben bei verschiedenen Genen oft die Frage, ist das eine Treiber-Mutation, also Driver in dem Sinne von Autofahrer, oder ist so eine Mutation womöglich nur Beifahrer? Also sind die Amplifikationen, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, von MET oder HER2 wirklich Krebstreiber, dass die für die Krebserkrankung teilverantwortlich sind und auch für die Aufrechterhaltung des Tumors verantwortlich sind? Oder sind da womöglich ganz andere Treiber-Mutationen wichtig und die Amplifikationen setzen sich quasi als Beifahrer lediglich daneben? Was wichtig ist bei den Mutationen, auch in diesem Fall, ist die Kinase ja sozusagen unverändert. Das heißt, hier müssen Sie auch Inhibitoren nehmen, die die unmutierte, normale Kinase inhibieren kann. Und eine Sache, die an den Amplifikationen ganz angenehm ist, dass man die quantifizieren kann. Und nach allem, was wir bisher wissen, hat das nichts Kontinuierliches an sich, die Beurteilung, ob eine Amplifikation Treibercharakter hat oder ob wir eine Amplifikation auch gut therapeutisch angehen können. Sondern es scheint vielmehr so zu sein, dass es ein spezielles Level gibt, was überschritten wird. Dann ist man im Treiberbereich oder unterschritten bleibt, dann ist es eher im Beifahrerbereich. Ich kann Ihnen hierzu ein ganz gutes Beispiel nennen. Die MET-Amplifikationen, die wir schon beschrieben haben, die scheinen so ein Threshold, also so ein Level zu haben, ab dem die Amplifikation wirklich relevant ist. Und das ist eine zehnfache Kopie im Verhältnis zum normalen Gen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man sieht, dass alles, was drüber ist, größer als zehn ist, sich nicht nur anders verhält, nicht nur anders in Anführungszeichen aussieht auf molekularer Ebene, sondern auch anders von Therapien profitiert. Während das, was drunter ist, und drunter heißt, es ist auch egal, ob die Erhöhung der Kopienzahl neun, sieben, zwei oder fünf ist, das ist in dem Fall egal, die sind alle gleich schlecht. Also hier als Take-Home-Message, Amplifikationen gehören zu den Mutationen, Amplifikationen sind schwer einzuschätzen, sind aber quantifizierbar und theoretisch auch immer ein potenzielles therapeutisches Ziel. Take-Home-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass.